Und dann tadaa! Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Left 4 Dead 2 together und diesmal wird das weiteres erfolgreicher als letztes mal wieder mit dem alten Team ungeschlagen. Ja, wir werden wieder es gelaben. Ja, allerdings. Guck mal, ich hab deinen Kanister gefunden. Das ist also Markus Kanister, oder nicht. Alter, ich hab da den Zombie abgeschossen und plötzlich fliegt der Kanister aus ihm raus. Also, das sah wirklich bei mir aus. Der hat eine Kanister gebucht. Ja, das ist widerlich, ich doch. Darum macht man keine Witze. Ich hör schon wieder deine Freundin. Alter, was ist denn bei diesem verfickten Scheißlevel los? Ich bin doch ein bisschen krank, oder? Lass mich los, Mann. Alter. Oh, was ist denn hier los? Oh, ich hab so richtig schlechter zu sein. Alter. Alter, viele Freunde. Da komm. Ey, das Level hier ist total hässlich hier. Und deine Freundin kommt wieder mit dem Moment. Hundert. Da ist was. Ist doch wirklich ein schlechter Witz, oder? Ja. Die sitzt ja noch frontaler als vorhin. Duилcht überrascht. Da war was. Ey, das ist ja witzig. Hier ist jetzt Jetzt an genau derselben Stelle wieder in Splitter. Wie letztes Mal. Aber wenn jetzt vielleicht wieder ein Tank kommt, dann haben wir alles komplett. Oh, ein Boomer kommt aber. Das ist dann letztes Mal nicht so. Ich kräfe ihn nicht. Hier ist ein Boomer. Er kommt irgendwie besonders gerne, wenn er einen gerade zu schlagen. Ja. Alter Bocker! Was ist denn da drauf? Alter, wie viele Töne sind die denn hier? Boah, sind die überall. Die sind ja überall hier. Eck hier. Eck. Da hab ich mir den Kopf kaputt, glaube ich. Kann das nicht irgendwie mal einfach sein? Ja, ist eine Tür da, aber ich benutze mal das Fenster. Ja. Noch eine Ridge. Alter, ich hab dir den Rücken aufgeschossen. Wie wär's denn, wenn du verreckst, du armseliger Wichser? Ju, 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 ju. Wir schaffen das jetzt, ju, 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 ju. Ich glaub, Kotzbombe. Schüße, hier ist ein Charter drin. So. Oh, jetzt ist hier schon wieder ein Boomer. Ich glaub, ich... Oh. Nein. Aufregung. Aufregung. Ich bin hier in den Schuppen drin. Ich bin hier in den Schuppen drin. Ich bin der Typ, der nicht aussieht wie ein Zombie. Vielleicht erkennt ihr mich in der Dunkelheit nicht. Ich bin hier in den Schuppen drin. Ich bin hier in den Schuppen drin. Ja, ja, jetzt wurde es sagt, erkenne ich viel. Oh, ich dachte, das wär, ich dachte, das wär so ist Schatten. Ja. Ey, ich wär viel Kotzbombe, wenn du das Ding hier umgeworfen hast. Ähm, du konntest ihm ein paar Pillen holen, das wär ganz geil, oder? Ja, das wär auch ganz gut. Ja, das wär auch ganz gut. Ja, Riku, beeil dich. Naja, stopp. Werf. Stopp geworfen. Du hast dich fast genau dahin geworfen, ne? Alter. Oh, lenkt sie alle auf dich, Riku, lenkt sie alle auf dich. Nein, nicht auf mich. Billy, Billy kann sie haben. Oh, ich bin drin! Endlich. Ja, gleich beim ersten Mal jetzt. Boah, lecker Essen. Ja. Oh, guck mal, Bratpfanne. Alter. Jetzt darf's. Hier, nimm das, Mann. Oh, machst du denn die Tür auf? Ja, nimm das, Mann. Ja, mal gucken, das kann... Ja, wahrscheinlich macht Zoe gleich die Tür auf, und dann kommt der Boomer rein, und dann zieht uns doch ein Smurker weg. Mann, der hat wohl dich. Ja, n' Tanko... Uh! Ich dachte gerade, die Zobese hat nicht drauf gemacht. Ja, guck mal, der hat mal überkippt. Oh, was ist denn? Yippie! Oh, Bill, sein Lebensbalken ist ziemlich klein. Und ich bin ernsthaft Fuboom! Okay. Was hat er eben gesagt? Ich bin ernsthaft... Und danach das hab ich nicht mehr... Ja, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich hab einen seriously... Boom verstanden, oder so. Vielleicht meint er, ich bin... Ja, geboomer! Ja, ich bin ernsthaft geboomert. Aber jetzt hat's gut geklappt, und vorhin haben wir 5 Anläufe gebraucht, oder? Ja, gefühlt 20. Ja, keine Ahnung, woran das jetzt lag. Na gut, ich weiß, woran das lag, ich bin nicht gestorben. Ja, und ich hatte eine Kotzbombe. Ja. Okay! Achso, ich bin... Achtung, du bist ja noch gar nicht da. Naja, ich bin noch nicht da. Okay, das war's mal wieder für Let's Play Left Friday. Nein, noch nicht! Jetzt, jetzt fängt er... Jetzt essen wir ein lecker Süppchen. Alter! Ey, Rico, wie wär's mal, wenn du dir deine Hose zimmerst, Alter? Nein! Nein! Nein, nein! Ey, geh von Zoe weg! Alter! Ey, was war denn die Scheiße? Ich dachte, Zoe, wir beide... Bei dir hängt ein Hemd draus, du! Weißt du... Okay, äh... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zoe vergewaltigen... Nein, kleiner Witz. Nein, das war ein kleiner Witz. Äh, wir vergewaltigen keine Frauen, wir... Wertschätzen sie sehr. Also, wenn es wieder heißt, Let's Play Left Friday... Alter, was macht Zoe denn da? Okay, bis zum nächsten Mal! Wir müssen uns jetzt verabschieden! Ciao, ciao!